Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Chogard auf der Midlane. Mit mir dabei ist wieder einmal der Can und er spielt Darius auf der Toplane. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das Ding ist ja wirklich, ich baue ja wirklich selten so viel Scheiße, dass man ein Game wegen mir verliert. Das ist ja das Ding. Ja, aber das reicht nicht. Wenn du wirklich aufsteigen willst, dann musst du das Game carry'n oder mit-carry'n. Es reicht nicht, wenn du ausgeglichene Stats hast. Das reicht nicht. Ja, ich bin ja meistens gefiedelt, aber die anderen Leute fielen die andere Länder noch schlimmer. Das heißt, sie sind noch schlimmer gefiedelt als ich. Das heißt dann, ich spiele schon wieder gegen jemanden, der mehr Equip als ich hat. Ja, der Nunu. Das ist unglaublich. Ja, es dann auch. Mit Darius im Ranked ist dann 4-1 oder so. Ich gucke auf die Botlane, die steht irgendwie 6-0. Die gingerische. Ja. Ja. Was soll ich denn da machen? Nicht viel. Ne. Also ich kille. Ich habe sie sogar gekillt. Die haben es gewonnen. Also. Aber. Das kann nicht überklappen. Okay. Das meint jetzt nicht. Was will denn Nunu bei mir? Das ist ein Camp-Bot. Hey, was sind denn das für Vögel? Sind das Premates oder was? Guck mal, wo der steht. Ich sehe nicht, der will direkt roben gehen. Das Gefühl. Oder? Ne, er macht die Krabbe direkt. Kann er ja direkt verspeisen. Okay. Na gut, vielleicht hat er doch mehr Ahnung, wie ich dachte. Ich sage mal, erst mal nichts. Obwohl mir das alles schon sehr merkwürdig vorkommt. Okay, das war jetzt nicht so schön. Oh, ne. Die Ball hat ein bisschen mehr rein, wie ich. Das ist bis Level 6. Das ist bis Level 6. Ich habe keine Mana, sonst wäre sie tot gewesen. Ich habe keine Mana für meine Q. Ah, schade. Das ist aber bei Darius dein Hauptproblem fast. Der Schaden ist oder so. Darius leidet an Mana-Problem. Ja, das finde ich lächerlich bei solchen Helden. So geht es mir immer mit Pantheon. Oder Olaf. Ein Wikinger mit Mana. Geht gar nicht. Also ich fahmte ein bisschen besser als ich, wenn ich mir die Last in den Wikinger verkosse. Ups. Wie steht es denn bei mir? Ich habe 29, sie hat 25. Na gut, die kriegt es auch. Ja, bei mir ist es auch so in etwa. Auch sehr ausgeglichen. Rächter bei mir. Okay. Gerichtet. Jetzt. So. Sorry. Oh, schade. Oh, was will denn der Sion hier? Ich glaube, da kommen Top-Lane hoch, wie es so aussieht. Okay. Naja, er ist bei mir jetzt noch. Weil er wird gleich hochkommen. Wir haben erst Richtung oben gelaufen halt. So, Hubkill. Good Job. Danke. So, jetzt Schmärner, jetzt kann ich noch den Farmer abholen. So. So. Der Nuno junglet gar nicht, oder was? Nee, der geht direkt roamen. War aber auch nicht gut. Nee, der kommt da. Zu gar keinem Gold und nichts. Komische Taktik. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Ja, süße Rillia, Alter. Ulti raus. Ja, deswegen mag ich Rillia nicht. Die Ulti finde ich so doof. Keine Ahnung. Ja? Ja, mag ich nicht. Sion kommt, Bot. Ich tue mal so, jetzt ob ich Bot gehen würde. Oh, nee. Jetzt gehe ich auch, glaube ich. Geht scharf. Der fehlt, ne? Oh, je, je. Hier geht's voll ab. Alle hier. Nein! Oh, Mann. Gegen. Lassen Sie ihn. Oh, ey, nice. Lassen Sie ihn. Oh, nervenseger. Geh weg. Nein! Oh, ne. Nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Hast du gut gemacht mit dem Port runter. Ja, hoffentlich geh mal nicht zurück. Lohnt mal mich. Ich komm mal hoch. Hm? Ich komm mal hoch. Ja, mhm, hab ich gesagt, ist okay. Achso. Ich dachte, das war so Fragen. Oh, dann muss ich schnell machen. Mario ist schon in der Mitte. So, sobald ich da bin, müssen wir drauf. Okay. Bin da. Oh, wegen der Sicherheit. Perfekt. Jo, jetzt muss ich zackig machen. Ich bin grad runter. Da muss aber passt alles. Läuft eigentlich alles im Moment, ne? So, jetzt muss ich... oh. Sion mit Ulti. Naja, rennt aber voll vorbei. Bam. Hehe. Brauchen die Hilfe hin? Ich bin auch unterwegs. Da komm ich doch wieder nicht mehr rechtzeitig. Oder doch? Gott auch. Ja, die kriege ich. Boah, geh weg. Boah, scheiße, ich meine. Ich bin... Ey, warum müssen die Nunu da abgauen? Oder hab ich da was verpasst? Ne, ne. Ich muss abgehauen. Borscht, natürlich nicht. Dammit! Ey, die Irina fahren sich dann erst. Ich glaube, ich muss nach oben wieder. Ja. Wird's doch gar nicht runterkommen dürfen. Fack da schon. Jetzt 5-1, ey. Ja. Der SCP war aber eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, der Nunu, der ist so grottig. Ist furchtbar. Oh. Mal ein vernünftiger Gank oder so. Mist. Ist mein Fressen auch für ein Popo. Boah. Ich hab mir erst mal einen Blue geholt. Doblo... Die. Certifest. Wir sind 4-1. Und hier, der Phil, der will viel. Absichtlich sogar. So, das ist nicht gut. Aber es ist der 2-1. Sechiges Stunnt mir, ne? Ne, das war nicht. Das folgt ja auch böse. Das war gut gespielt. Oh, Sion! Nice. Nuno steht da auf Karren Busch rum. Vorsicht, äh, genau. Ja. Wirklich schon Top-Swingen. Soll ich mal Top-Lane gehen? Nö. Okay, geh ich mal halt. Genau. Da siehst du jetzt mit Lane. Na, das haben wir jetzt gut gespielt, würde ich behaupten. Na, gut, ja. Ja, Nuno muss nur aufhören zu Feeden, ey. Dann läuft's. A-D, A-D, A-D. Dann frisst die gut. Ich glaub, die skill ich jetzt erst mal weiter hoch. Ja. 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 Ja, da können sie jetzt was anreißen. Ja. 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 was hab ich hier gemacht oh oh alterlack oh, haben die irgendeine ultime moment zu mich wegcashen können? Ne oh, alter war das knapp da bin ich aber ein bisschen sehr zu greedy reingegangen ich hab nicht damit gerechnet, dass die Leona damit einmal auftaucht puh jetzt geh ich mal toplanen wir müssen versuchen dann die Tristana aus dem Leben zu reißen Blutrausch die mit ihrer ulti ich zieh sie jedes mal jump weg und ich zieh sie wer denn? die Ari sie ultet weg und ich zieh sie aber wieder ran in dem moment und deswegen kommt sie nicht komplett oh ne scheiße, ich glaub die mag dich eh nicht mehr so oft wie du da auf am Plane warst da kann man nicht aus dem Leben helfen jetzt haben wir mich aus dem Leben zu helfen so Batman ist gekommen so so die will unbedingt die ging so ich komm aber auch weg ja ich sag halt die tristana die muss man kriegen ja was macht sie denn ich denke der zion macht jetzt rake aber kann nichts machen dann schließe ich alleine so wichtigsten erwischt und natürlich auch noch nein läuft es mit mir jetzt los keine ahnung wo sehen das aber wenn wir es so machen dann kommt von denen nicht mehr viel und kräfte den dings führen warum warum ich schon gar nicht mehr du gehst dann auch schön tanki nach können wir nicht machen ohne jungler nein die überlebt wir können den power noch mal machen die sind alle angeschlagen wenn mal minions kommen würden ich stege noch hier gut hier normal so jetzt auf der reise good job Ah ne, ich geh da lieber mit, nachher machen die Dummheiten. Ah, hier ist zum Beispiel ne Leona. Warum macht ihr sowas? Ah, jetzt müssen wir back, auf jeden Fall. Ja, dann geh ich bot den Farm holen. Ja. Danach, du kannst ja auch immer den Red Buff holen, ne? Mir bringt er ja nicht wirklich viel. Ich nehm nur mit, damit die ihn nicht kriegen. Ah, Mist. Das muss ich erst mit tun. Oh, lol. Wenn das ne Asion abkommen, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Da ist er. Das war mal ne Prozedur. Wo ist Iri? Da ist hier. Ich geh top. Nice, Digga. Nice. Deine Runde. Yes. Ich geh einkaufen, ich hab ein Gold bekommen. Oh, ich hab auch 2000. Normal hab ich ja mein alten Build immer. Loil, was macht die denn? Guck mal, was die MS macht. Guck mal, wie die Chase. Die Chase ist immer noch. Noil, und das ne Irelia. Ja, eigentlich müssten die sich nur umdrehen, aber. Naja, lass es. Stirbts jetzt. So, Frozen Heart. Ja. Korrekt. Frozen Heart hat ja schon einer. Brauch ich mir das ja normal nicht auch noch zuhören? Wer hat's denn? Ja, Crank hat sich gekauft. Ja, obwohl ich mir erst mal Ende der Weisheit. Wird mir zwei überhaupt nicht vorgeschlagen, aber ich bin am überlegen, Sonja, es wäre doch auch nicht schlecht. War ein Fehlerwiss, klar. Ordentlich Rüstung, AP. Ja, ja, Chogart ist rein, AP. Ja, aber, ne, du kannst ja noch ein Full Pink spielen. Also ohne Damage. Ne, das mein ich. Ich will ja auch so ein bisschen mitfairing hier, ne? Ja, ja. Oh, Mitte sind sie wieder. Ja, top, ja, dann bleib du mal top. Wie die uns ja eigentlich die ganze Zeit unter Druck setzen. Aber auch richtig in den Arsch voll kriegen. Nein! Dann hat er überlebt. Jetzt kriegen sie mich, Chog. Ja, ich komme schon. Ich versuch's. Aber dann... Dann fang ich es zu spät. Ey, die Rilla war so schnell da. Warum ist die so schnell? Ja, warum ist die so schnell? Oh, der Leif. Oh, der Leif. Oh, der Leif. Die kann wieder abstauben. Das hat sie bei mir vorhin genauso gemacht. Ja, guck mal, wie realisiert er sich nicht. Wie realisiert er sich nicht. Ja, ich krieg's aber noch einen. Wie lange brauchst du? Mist, muss ich gleich top gehen. Ja, gut so. Ah, nicht dran gekommen. Ja, ich bin dran gekommen. Da hat mir irgendwas angerauscht. Einen Sion, den wollte ich jetzt unbedingt. Was mich jetzt ärgert, ist, dass ich erst mal wieder vergessen muss. Nein, nein. Einmal stirbst, dass gleich drei Stacks wechseln. Das ist Mist. Loll, jetzt hab ich auch noch Fail gefressen. Wie lange dieser Doppelgänger noch hält. Wollen wir Drake? Drake. Ja. Dieser MF ist geil. So, machen wir Drake ohne Jungler. Oh, ich mach so wenig Schaden an dem. Besten kann ich nur noch nicht. Good job. Oh nein. Ich hau ab. Chuck. Blutung. Meine Blutung. Und? Meiner. Nice. Meiner. War zwar nicht ganz so viel wert, aber... Oder? Zwei von denen, zwei von uns? Ne, wir sind drei zu dritt tot, ne? Ich hab überlebt. Ja. Ich. Brauch ich mir ran, die uns um. Ich bin auch noch voll am überlegen, dass ich mir hier alles hole. Ne, äh, ich wollte mir eigentlich Randiums holen. Oder hol du es dir. Hol du es dir. Dann hole ich mir redliche Pracht. Oh, so rum. Ist sogar noch besser. Okay. Ich hab die Tristana grad auch im Sprung zurückgezogen. Ist voll lustig. Lol. Hat ne Blutrolle... Leona! Lol. Hatte ich denn mit ihm. Riffen. Genauso viel wie mir in Iridia und die Ari. Oh, die Tristana hat so viele Kills, ey. Ja, die wurde da unten ganz schön gefeedet. Aber kann man der Butler nicht unbedingt einen Vorwurf machen, sondern auch hier der... ...den Nunu. Der ist ja wirklich nur zum Feeden hingegangen. Nur zum Feeden, aber... Halt durch. Drei Sekunden noch, dann kann ich dich fressen. So. Ich kann mal Iridia Hallo sagen, glaube ich. Nein, mein Iridia hat nicht geklappt. Dammit. Ich glaube, Iridia kommt auch zu euch. Ich bin auch unterwegs. Ne, hau ab, hau ab. Wir sind schon alt. Oh, lol. Dann sind ja nicht nur einer, sondern standen alle. Alle fünf waren da. Mehr als einer war aber nicht drinnen. Ich fiege ich nicht hin? Ja. Boah. Nein. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ähm, wo war's? Ah, leil. Ja, bin ich durchgeflasht und dann Ignite draufgesetzt, ne? Das ist ein Andrew, mit einem 50 Jaguar. Aber ich stehe mal so viel mit der Schorde. Ein Gegner wurde getrieben. Oh, oh, oh. Ah, ich geh mal mittler. Oh, die ist Leona, das gibt's auch nicht. Boah, Gott sei Dank. Der hat 5,5 Gold geworfen, der Supporter. Ja, sicher. Nein, 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 nein. Okay, hat überlebt. Oh, 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 oh. Blitz. Ja, das Fortune sehr greedy. Oh, du brauchst den Drake erst ab. Uh, Kriss im Nahein, lol. So knapp gefällt. Back. Wollen wir mal die Dash-Taktik machen wie die machen? Wieso standen die Funke bei uns auch drin, haben alle gecatcht? Ja, das ist auch richtig. Das Video? Ah, den Wort haben sie jetzt gesehen. Fail-Flash. Dammit! Das ging aber voll inuransiert. Und beim nächsten Mal, Jan, nicht chasen lassen. Bleib beim Team. Einer der größten Fehler, die man machen kann, sich weglocken lassen. Weil dich brauchen wir im Teamfight. Die chase-Dings, ja. Ohne dich schaffen wir's nicht. Ja, okay. Das darfst du nicht machen, dich weglocken lassen. Ich hatte ja die Irelia gekillt und die Ari wollte ich auch noch so schnell killen. Aber die ist dann halt weggesprungen, dann hab ich die gezogen und war schlecht. War schlecht. Ich hab auch gefällt, ich bin auf die Leona gegangen. Weil ich dachte, die holt sich so viele Kills. Ey, 28 Assists hat die. Aber die hält auch noch so verdammt viele aus. Ja, die sind abgehend, die abzustorben. Ja, die sind abgehend, die abzustorben. All right, ich muss wegbekommen. Oh man. Wie bitte? Ach man. Ja, das Problem ist, dass wir immer ohne Miss Fortune kämpfen. Nein, das Problem ist einfach, dass wir einer weniger sind, der Schaden macht. Ja, richtig. Also ich mein, Nunu, Nunu. Achso, ja, den Nunu kannst du von Anfang gar nicht zählen. Flirtenkönig. Ja, für die sind Inhab. Cool. Ja, und da Miss Fortune ohne Tower kämpft sie auch noch und somit haben sie gewonnen. Ich bin davon, ja. Ne, gewonnen nicht, aber sie werden uns alles einreißen. Ja. Da ist sogar für geflasht. Ja, ich brauche mich. Ja. Jetzt wird's hart. Ich habe gerade mal zwei Stacks. Oh, ich habe auch den Randoms aktiviert. Fuck. Wie lange hat er's guter? Wie lange, oder? Was brauche ich dafür? Zwei, drei für den... ...Gunter. Das war das dritte Mal gefressen. Ja, hast du ein Wort von Baron? Ja, geh ich mal hin. Was macht ihr da? Nee. Nee. Das war das dritte Mal. Ich habe auch das dritte Mal gefressen. Das war das dritte Mal. Ich bin mir da drin. Dem sowieso kein Charme macht. Na der Nuno, sowas ist unglaublich. Oh, du warst mit meiner Promo. Das tut mir sehr leid, ich habe alles gegeben. Ich auch, ich stehe sogar eigentlich nicht schlecht, aber ich kann das nicht carry'n, weil die haben so viel CC. Ich stehe dumm da einfach die ganze Zeit. So, und jetzt soll mir jemand erzählen, dass man da raus smurfen kann. Wie würdest du das machen, wenn einer so hirntot ist und einer so fiedelt? Keine Ahnung, du. Ja, aber vielleicht weiß ja einer von meinen Abonnenten eine Antwort auf diese Frage. Wenn ja, dürft ihr mir diese natürlich gerne in den Kommentaren posten. Und ich hoffe, das Game hat euch trotz der Niederlage gefallen und ihr schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram. Ja. 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 Ja.